Ob wenns so steht, muss es ja stimmen. Scheiße, nochmal. Ich mach's selbst. Ich werde hier so zu sehen. Da geh ich natürlich an. Ah! Ich habe die Einzige Kohl-Kohl-Kohl-Kohl-Kohl-Kohl-Kohl-Kohl-Kohl-Kohl-Kohl-Kohl-Kohl. Da hat sich ein Junge am Flemmt gesucht. Oh mein Gott ja trotzdem. Da muss ich war so am Flemmtså so. Die Guilherme, dass er nicht die 사 Truffung hat, dass ich bei der Steuerndferung Vale ohne slatee Angelegenheit Das war's für heute. Das ist ein bisschen steckend, was man sehen kann. Es ist egal, der ist noch ein Fehler. Verdammter Scheisse nochmal! Leg mich aber langsam auf! Lass mich in Ruhe gehen! Lass mich in Ruhe gehen! Lass mich in Ruhe gehen! Ja toll, jetzt hab ich wiedergekommen. Lass mich in Ruhe gehen! Lass mich in Ruhe gehen! Okay, ist noch schlimmer! Und noch schlimmer! Und noch schlimmer! Ey, ich hasse diese Gegner! Die Strodum! Echt so Strodum! Ich habe es noch nicht! Ich sage von Granthismus! Ich sage von Granthismus, dass wir in Granthismus einen Gegner böse. Und das hier ist ein ganz anderes Level. Ich glaube nicht! Das sind die Gegner von Granthismus, eine Intelligenz-Bestie. Das ist ein ganzes Lass. Das ist ein ganzes Lass. Das ist ein ganzes Lass. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, it's up enough. 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 Okay, das ist gut. Oh, das ist wiederkackt worden. Das ist so eine Scheiße, aber er hat einen Knopf. Unter all den Möglichkeiten hat man den Ausdruck mit Berlin heranzufahren. Das hat sich ja die Zeit gebracht, aus dem Berlin heranzufahren. Das hat sich ja genau die Zeit gebracht, durch die gewählten Achtung. Ich bin von Dachstatt am Große hinterlesen. Doch hier in der Freeräte wird es gewöhnt. Ich bin von Dachstatt am Große, mit dem wir die Zeit gebracht. Ich bin von Dachstatt am Große. Was wir jetzt gemacht, verbleib ich auf der Seite, wo ich mich geplant habe Ach, Mensch Ach, Mensch Ach, Mensch Das kann doch nicht wahr sein Ich habe die Kurve jetzt so schön genommen und dann bin ich noch reingefahren Das ist ein Traumiger Aber ich habe mich so aufgesagt Scheiß Kerl Ja toll Das ist Ich hoffe, die Lenke Ich habe heute den Stand noch besser 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 Das ist ein Rimmensreich, in der Nähe Trenzen. Vielleicht muss ich so verlaufen, wenn ich zum Wetter gewinnt werde. Ich hasse diesen Kerl! Scheiss, Pagan, wie ernsthaft werden wir in jeder Trennung? Da ist mir langsam. Ich glaube ich in Ruhe. Du bist so ein Wechser! Ich bin eigentlich das erste Mal an alle vorbei gekommen. Ohne Fail, das ist ein Führer. Ich bin eigentlich mit einem Aufmerksam, der ich in der Ukraine war. Ich bin auch noch aufgelistet! Ich bin jetzt in der Entschlöre von der Hohmlaut-Rut. Ich bin jetzt noch bei der Hohmlaut-Rut. Ja super, kann man das auf den Dreck machen, kann man das auf den Dreck machen, wirklich. Das war's für heute. 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 Das ist für heute. Das war's 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 für heute. Und jetzt haben wir's für heute. Oh, die anderen! Hey, schon wieder! Nein, ich spreche es, ich bin schon wieder, ich kann da bohren. Das war's. Blöde Mauer! Wenn ich das gemacht habe, bleibe ich auch. Ich hoffe, dass wer noch für uns kann. Das kann doch nicht sein! Schon wieder! Ob ich das noch mal aufholen kann, ist die Nachhörschrage. Naja, Macht weiß es nicht. Die Nachhörschrage, die Schrauben der Schrauben in der Tatum ist. Das ist die Nachhörschrage, die Schrauben der Tatum in der Tatum. Endlich. Endlich geschafft. Meine Fresse. Und ich muss noch mehr überziehen. Wenn ich das letzte Rennen noch schaffen will, muss ich wirklich noch mal überziehen. Welche Strecke kommt jetzt noch? Mönchen ist ja jetzt geschafft, also müsste es nur noch leichter werden. Rom, habe ich das Gefühl. So, komm, dieses Einrennen muss jetzt noch sein. Das ist mir jetzt egal, ob 10 Uhr gewesen ist oder 10 Uhr ist. Jetzt gerade Punkt. Das ist mir egal. Jetzt muss ich einfach das Rennen noch machen, sonst kann ich nicht gut schlafen. Und das speichere ich jetzt verdammt nochmal. Rom, lang. Ja, ich habe mir gedacht. Rückwärts habe ich mir auch gedacht. Das stand. Ich habe mir gedacht. Ja, ich habe mir gedacht. Untertitelung des ZDF, 2020